Hey, meine Rabauken, in der letzten Sliver.io Folge konnten wir 6000 Level Länge erfolgreich absolvieren. Heute wollen wir diesen Rekord brechen und den deutschen Server dominieren. Benson begibt sich auf die Jagd. Ich habe gerade schon so einen kleinen Testrun gemacht, um mich warm zu spielen. Alter, ist das ein fetter Oschi. Das ist ja die größte Currywurst, die ich hier in Berlin gesehen habe. Ist man in Berlin Currywurst? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Leute, ich bin zugezogen in Berlin. Oh ja, ich muss das nicht wissen. Also, Länge unten rechts seht ihr alle Details. Ihr seht auf welchem Server. Übrigens, Leute, das ist die IP vom Server, auf den ich spiele und doch nicht meine unter dem letzten Video. Da kamen die Leute und meinten, Alter, Ben, ich weiß deine IP. Ich hack dich jetzt. Okay, also wir verfolgen am Anfang die Taktik, dass wir diesen fetten hier verfolgen und hoffen, dass der Take-It-Do, der ist nicht mal in den Top 10, oder ist diese Liste verbuggt, dass die Namen nicht angezeigt werden? Dann musst du das zählen. Oh ja, das ist ja auf 14K. Du heilige Scheiße. Wenn jetzt einer dieser Fetten stirbt, da katapultieren wir uns aber direkt zu einem neuen Rekord. Das sage ich so, wie es ist. Naja, unten rechts sehen wir meine KD, also wie viele Kills ich pro Tod mache, wie lange ich gespielt habe, auf welchen Server ich bin, welcher Platz ich bin. So die wichtigsten Details, die man halt so wissen muss, Leute. Sonst habe ich die ein bisschen aus dem Augenfall. Und hier ist er, der dicke Oschi. Zwei dicke Oschis. Einer von dem muss da früher oder später sterben. Ich glaube, hier uns in der Mitte ein bisschen aufzuhalten, ist keine schlechte Idee. Und wir sind auch noch so klein, dass die sich, glaube ich, nicht für uns jucken. Also die werden jetzt halt nicht anfangen, uns einzukreisen. Ich muss nur schauen, dass ich irgendwie beide so ein bisschen im Blick behalte. Lass uns das rauszoomen natürlich, gerade anders praktisch. Wenn man es auch für sonst, sonst für nichts gebrauchen kann. Aber das ist, also der hat zehn Leute da eingekringelt, der Atze. Der ist zu heftig, Alter. Guckt euch den an, das ist ein heftiger. Oh, First Kill. Oh, ey, der hat alles geklaut. Den holen wir uns, Alter. Der Atze hat alles von mir geklaut, Mann. Okay, Orange, wie sieht es bei dir aus? Oh, der hat ja 200 Karma. Ich hätte gesagt, Ferrari, aber er wäre grün und nicht rot. Na, der wird safe nicht sterben. Der ist viel zu krass, Alter. Guckt euch den mal an. Vielleicht können wir den hier attackieren. Ach, der sieht ein bisschen, der sieht dumm aus. Go! Yeah, Bruder! Oh. Oh, ja. Ja, Mann. Oh, direkt weiter. Oh, oh. Leute, ich habe euch das Wichtigste noch gar nicht erzählt. Für jeden Tod, und ich hoffe, das werden möglichst wenig sein, aber für jeden Tod wird auch hier, Leute, mein berühmtes Format, ihr kennt es, erfunden in Deutschland. Bestimmt schon auch in Amerika gemacht worden, aber egal. Ich werde die Facecam manipulieren. Es gibt eine lustige Veränderung meiner Cam pro Tod. Vielleicht komme ich aber auch ohne Tode zum neuen Rekord. Dann geht der natürlich leer aus. Aber aktuell, also aktuell sieht es ganz gut aus. Ja, das ist ganz gut. Gut, ich will nur irgendwie schauen, dass ich diesen ... Oh, da haben wir es eingeschoben. Nee, kriegen wir nichts, kriegen wir nichts. Vielleicht den hier attackieren, die Nervensäge. Oh, hier ist ein dicker. Schön. Oh, ich hasse diese Leute, die non-stop Leertaste drücken, um zu sprinten. Oh, das sind viele satte Punkte. Schön. 1.600. Da haben wir gerade 600 geschenkt bekommen. Schmeckt 1.750 sogar. Okay. Das läuft sehr gut. Und jetzt noch so einen dicken oder so? Vielleicht den, der hat 1.000. Der hat ungefähr so viel wie wir. Wenn wir den killen sollten, wäre das natürlich ... Hey, was macht der denn? Oh, der ist, glaube ich, schlecht, oder? Der movt sich so komisch. Das ist ein Handyspieler, Leute. Safe, safe, safe. Den holen wir uns. Ja, moini. Ich habe die große Fresse. Dann zerstört er mich komplett. Da rechts ist ein bisschen Loot. Aber Tsunami macht hier gerade Stress. Lava Tsunami. Oreo Keks sind Tsunami. Oh, 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 oh. Safe, safe. Das ist gut. Siemix, da sehe ich mich. Mann, hier ist aber gerade sehr viel Action. Aber Siemix zu killen, da würde ich mich wirklich ja ... Oh, den abzustauben. Kill. Oh. Kill los. Nein, wie hat der sich denn gesaved? Das war ein safer Kill. Jetzt geht es hier aber ab, ne? Heidewitz, geil. Ruhig spielen. Wir sind bei 2,7. Der will mich unbedingt killen, Alter. Merkt ihr das? Der Atze, Alter. Der ist so heiß auf den Kill, Alter. Und jetzt werde ich ihn ... Ah, oh, jetzt ist er tot. Oder? Ha. Tja, das hast du davor, mein Guter. Und dich hole ich mir auch gleich. Und dich auch. D-d-d-d-d-d-double-Kill. Oh, da ist sogar noch einer dagegen gefahren. Triple Kill. Ja, Moin. Die greifen sich gegenseitig nicht mehr an. Was soll das? Wir haben einfach Noob und einmal kein Name. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie viel haben wir? 3,3. Mehr als die Hälfte. Sehr schön. So. Und 4K. Unter der ... Also unter der Voraussetzung ... Ich soll mich so auf die Hand ... Die Maus von der Hand nehmen. Die Hand von der Maus. Ähm, was auch immer. Oh. 2K hat der Atze. Risiko! Oh. Alter. Ich dachte, save, dass ich einen Kill mache, ne? Mann, wieso macht der denn mit 2K so Stress, Alter? Chill da mal. Da ist ein Zwan ... Oh, 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 oh. Oh, nee, ist zu klang. Wie hat er sich denn da gesaved? Oh, oh, oh. Ey, ich hab schon gesehen, wie ich alles von ihm abstaube, ne? Ich hätte anders abgestaubt. Der war perfekt in meiner ... Der hätte ich direkt ... Oh, der weiß ist gestorben. Ah. Und ich krieg nichts ab. Nichts krieg ich ab von dem Weißen. Das war der 20K, ja. Oh, oh. 7K? Nee, zu klein kann mich nicht angreisen. Scheiße. Oh, hier ist noch einer gestorben. Ey, nein, jetzt ist dieser ... Der ist auf 5K hoch. Der hatte grad noch weniger als ich, ne? Naja, was ich auf jeden Fall erzählen wollte. Oh. Der wollte mich schon die ganze Zeit killen, der Atzensohn, ey. Äh, sollte ich nicht sterben ... Und es dementsprechend auch keine Facecam-Manipulation geben. Äh, dann machen wir eine Extra-Folge noch mal. Keine Sorge. Also, das machen wir auf jeden Fall. Weiß jetzt halt noch nicht, ob in dieser Folge aktuell läuft es ziemlich gut, muss ich sagen. Ich würde ja echt ohne Witz gegen den. Da sehe ich mich jetzt im Duell. Oh, oh. Nee. Der stirbt sowieso. Der ist viel zu aggressiv. Eigentlich müssten wir nur den Gelben hinterher erfahren. Warten, bis der stirbt. Weil der wird 100 pro sterben. Ja, und er ist tot. Tja, hab ich ja gesagt. Oh Mann, jetzt kriegt der alles. Oh Mann, ey. Da war ich nicht bereit in ... Oh, und jetzt machen wir den Refrag. Das schmeckt mir aber. So. Alter, unser Drehkreis ist jetzt aber auch schon echt happig. 5.000. Aha. Mhm. Danke für den Freekill-Kollege. Wie viele Kills hab ich denn? Wo sie steht denn das? Nee, ist der da ... Äh, Rang 17. Äh, 5.200. Kills 11. Oha, 11. Dieser King Seba, da ist er, Alter. Der grad übelst der Babo war, jetzt ist er wieder ein Noob. Das greift natürlich mich an. Der ist wirklich so eine Nervensäge, der Typ. Okay. Mhm. Ich muss ein Fetten noch killen. Ja, King Seba. Also, da warst du aber auch ... Weiß ich nicht, ob dir da die Brille von der Nase gerutscht ist oder was das für eine Aktion da grad war von dir. So. Oh, 10 Kane, Deutscher. Unterstrich. Mhm. Das ist ein Saver-Spieler. Das sieht man. Guck mal, wie der movt. Der ist wie ich. Das sind so Nervensägen. Wisst ihr, die sterben nicht. Aha, er hat kurz geboostet. Der riecht den Kill gegen mich. Mhm. Uff. Da war kurz Deutsch gegen Deutsch hier, Alter. Oh, oh. Der will mich jetzt umkreisen. Pass auf, aber Konter, das Konter ich. Passt auf, damit rechnet er nicht. Damit dämlich. Uff. Holy damn, Alter. Das war so knapp. Oh, nice. Hab ich einen Kill. Blub, 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 blub. 6200. Drei der alle echten Rekord, Alter. Mit 14 Kills. Oh, da geht noch mehr. Viel mehr geht da noch. Das ist ja dumm. Er greift mich an. Oh, und er ist gestorben in den Mini. Oh, hier vielleicht. Ja. Oh, da habe ich dick was abgesahnt. Sehr schön. Hier jetzt noch so ein bisschen. Ja. 8100, Alter. Hui. Sehr schön. Ha, da wollte er mich angreifen und ist gegen den Kleingefahren. Oh, jetzt löst er auf. Der ist es tot. Und ich kriege nichts ab. Heidewitzker kriege ich. Alter, das liegt richtig so fies, das. Scheiße, Alter. Ui, Wendung. Wie ein dicker LKW. Danke, Torc. Größter Ehrenmann bist du, Alter. Kuss. Sind wir noch mehr? Oh ja, hier ist noch was von dem. Alter Schwede. Das ist ein doppelt neuer Rekord von mir. 14.000, Platz 2. Ich würde gerne behaupten, ich habe ihn gekillt. Aber ich war nicht involviert, leider. Aber der war auch nicht gut. Der hat richtig komisch gespielt, oder? Ich glaube, der ist einfach wirklich seit sechs Stunden im Kreis gefahren. Hat sich so über neun Stunden den Rekord erspielt. Und wollte dann einmal angreifen. War confident. Dachte sich, okay, Alter. Oh, direkt. So 15 Kills auch wieder. Könnte auch neuer Rekord werden, tatsächlich. Sind auch auf einem guten Weg. Oh, hier, Alter. Da fahren wir die Kills jetzt hier gerade. 16 Stück schmeckt. Ich kümmere hier jetzt nochmal kurz. Easy. Ein paar Kills. Abstauberin. Will ich da zu viel? Ui. Uuh. Och, geht genau auf, Alter. Mein Lieberer Gesangsverein. Jetzt haben wir hier drei Atzen drin. Einer haben wir schon gekillt. Million. Ah, ne, Milton. 18 Kills, Alter. Das wird ja so ist für neuer Rekord. So, die beiden Kills haben wir auch noch. Außer die killen sich gegenseitig und gönnen nicht. Wir müssen ranzoomen. Hier wollen die... Alter, wie die Aasgeier. Schmeckt. Nehmen wir kurz mit unterwegs. Wieso an der Haltestelle? Wisst ihr, steigt mal kurz aus Autobahn. Holt sich kurz ein billiges Brötchen. Und fährt wieder weiter. So habe ich mir den gerade hier abgefrühstückt. Neuer Kill-Rekord. Und absolut krasser Punkte-Rekord. Aber ich mache gerade so viele Kills. Das schmeckt. Das schmeckt wirklich sehr verzüglich. Aber der kämpft um sein Leben hier. Ich lasse den live leben. Weil der so heftig um sein Leben kämpft. Gönne ich ihm. Hat er sich verdient. Okay. Benny 6. Jetzt bin ich aber auch heiß auf den Ersten. Wo ist Benny? Ich würde gerne das im 1 gegen 1 regeln. Ja, die haben halt nicht mal 1 K alle. Die bringen mir nix. Wenn ich einen kille, dann kann ich ja nicht mal alle Münzen einsammeln. Dann kriege ich vielleicht 300 für den Kill. Mein Gott, ich habe 18.000. Dann mache ich 300 auch nicht mehr. Ich müsste halt irgendwie so mal sechs Leute auf einmal einkerkern oder so. Das geht ja mir auf die Nerven, ne. Und das klug war, mein Guter, das aufzusammeln. Ich meine, wenn der mich jetzt killt, ist er einfach gut. Okay, schön. Wir holen Schwung und rein in die Masse. Kill 36. Oh, oh. Ich würde halt gerne noch so einen Final Showdown gegen den Benny haben. Wenn der mich killt, ist das auch in Ordnung. Aber echt so ein aggressiver Angriff gegen den Fahnen, da würde ich mich schon sehr sehen. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich habe keine Ahnung, wo der rumfährt. Wupp. 20 K. Platz 1. Benny ist gestorben. 39 Kills. Platz 1. 20.000. Okay, da bin ich sehr zufrieden mit. Oha. Okay, passt auf. Der John Doe will Stress. Der kann Stress haben. Ich will noch einen 40. Kill machen. Dann bin ich happy. Oder ich mache hier so eine Übereinkreisung nochmal. Und das war nicht so klug von euch. Da ist ein Bot mit 7K. Ja, aber das ist ja safe. Und das ist der 40. 41 Kills. Okay, wir haben 41 Kills. 20.000 sind Platz 1. Wir machen jetzt Ultra-Angriff auf diesen Cheater-Bot. Ui. Wenn ich jetzt rüberziehe, bin ich tot. Das boostet mir einfach so richtig sinnlos. Einfach unsere Punkte weg. Hä, ich bin Zweiter? Oha. Egal, ich weiß es doch. Ja, ich würde einfach nur diesen Bot noch killen. Finales Duell gegen den Bot. Ja, er boostet einfach auch jetzt in die Richtung. Ja, das ist halt natürlich jetzt sinnloser so zu machen, ne? Wie lange will er denn noch boosten? Bruder, was ist los mit dir? Hä, ist das ein echter Spieler oder ist das ein Bot? Oh. Fährt der jetzt da rein, der Idiot? Nee, 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 nee. Tut er nicht. Okay. Er will weiter angreifen. Der ist scharf auf die Punkte, hätte ich sag's euch. Nee, jetzt fährt er den ganzen Weg wieder zurück. Oh, man. Er ist ja noch ein Killer unterwegs mitgenommen. Schmeckt. Er will mich einkreisen sein. Oh, 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 oh. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode Slythero gefallen. Lasst ein Like da für mehrere Parts, für mehr Videos. Abonniert auch gern meinen Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Bis morgen, euer Benson. Tschau. 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 Tau. 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 Vielen Dank.